Diese hier angebotene 4-Zimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die sanierte Etagenwohnung befindet sich in Leipzig. 1900 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über eine Einbauküche sowie einen Parkplatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 164 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 1790 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Gern beantworten Sie uns.